Herzlich willkommen mit euch Freunde, mit dabei sind Simon. Nein, mach ich nicht. Seh ich gar nicht ein. Egal, Conny, Leon und Magnus. Mit Magnus lauf ich hier gerade herum. Der hat da Lichter kaputt da gemacht, egal. So. Och mann, ich hasse diese Aufgabe. Wieso muss ich die eigentlich immer machen? Immer. Jedes Mal muss ich diese Scheiße hier machen. Da muss man immer so warten, ey. Warten ist nicht so cool. Außerdem habe ich Away zu Ende geschaut. Ist so eine Weltraumserie. Da geht es um den ersten Menschen, der... Jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Auf dem Mars landet. Und ja, die Mutter fliegt dann zum Mars hin. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, egal. Profi hier am Start. Leute. Ja, ich bin raus, ne? Ja, wer hatte damit gerecht? Und Echo. Tschüss. Hier Spaß beim Amal. Alter, jetzt habe ich hier aber Echo irgendwo. So, das habe ich aber gesehen. Ja, da geht es auf jeden Fall um eine Frau, die da eine Gruppe hat. Und mit der geht sie dann zum... Alter, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich war gerade bei den Lichten. Ich war gerade bei den Lichten. Magnus war jetzt... Oh, das ist eklig. Sag mal, wer ist jetzt? Magnus war eben neben Simon im Adminraum. Ja. Warte, Simon ist gerade gestorben, ne? Simon ist ja gestorben, ne? Er ist mir auch entgegengekommen aus Admin. Dann bin ich reingegangen und das Licht ist ausgegangen und dann bin ich zur Karte, weil ich die machen musste und sah da den Toten. Ja, das ist schwierig, Magnus. Was sagst du? Äh, ich bin in Admin rein, habe auf das Admin-Pod geguckt, um zu gucken, wie alles zu Leitz rennen und ob ich hinrennen muss und bin dann wieder raus. Ich bin dann wieder am... Ja, weil es jemand war in Admin drin. Äh, warte, ich möchte dazu kurz was sagen, ja? Ich bin am Anfang mit Magnus herumgelaufen und die Leitz waren dann an und wir waren in der Nähe beim Reaktor. Also ist die Aussage von Magnus eigentlich irgendwie seltsam. Wenn er dann erstmal zum Admin-Raum geht und nicht direkt da zu Leitz, wenn er da eh aufm Weg ist. Hä, das war lang bevor. Nee, nee, nee. Nee, nee, davor, Moritz. Wie, davor? Äh, Moritz, ich bin mit dir bei Reaktor rumgelaufen, das war am Anfang der Runde, als Com sabotiert war. Ja, und du sagst irgendwas mit Leitz, ja, dass du erstmal zum Admin dann gelaufen bist. Hä? Ich war schon in Admin, die jetzt gleich da aus sind. Er war in Admin, dann sind die Lichter ausgegangen. Ach so, aus, ach so, aus. Ja, ja, hä, nein, nein, da war er nicht da drin. Oder sind die zweimal schon ausgegangen? Einmal sind die ausgegangen. Ja, da war er bei mir beim Reaktor. Nein, war ich nicht. Doch, 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 doch. Hä? Okay, das kann sein, das kann sein, wenn er, wenn er mit zum Band, glaube ich, gegangen muss. Nein, man kann nicht von, also, man kann nicht von Reaktor, man kann nicht von Reaktor zu Admin wenden. Aber Magnus war in Admin. Als die Lichter ausgegangen sind, oder was? Ja. Mit Leitz, Simon und mir, ja. Als die Lichter wirklich? Ja. Dann sind die Lichter aber zweimal ausgegangen, äh, ausgegangen. Nein. Nein. Ich bin 100% sicher. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Also, Magnus. Ich sag, Magnus. Ja, stimmt. Sonst, wenn mir jetzt wieder jemand falschen Vorausworten, sind wir ja am Arsch. Ja. Anlack hier, Magnus. Ja, okay, okay, ne, ne? Konntest du das aber noch nicht sagen? Ich hab die Lichter ausgemacht, bin in Admin reingestirbt, hab den umgelegt und bin weg. Aber Moritz, meinst du, hör dich, meinst du? Hä? Ich bin nur mit ein Lachs herumgelaufen am Anfang. Moritz hat bestimmt Lexi gesehen. Ne, 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 Lexi ist rechts langgelaufen und dann nur nach unten. Ja, ich bin links mit Alais herumgelaufen. Alais, ja. Was hast du recht, ja? Keine Ahnung. Alex, nicht mit Alais. Ja, richtig. Moritz, warst du schief gelaufen bei dir? Ne, ich hab richtig hier. Also, Ruhe, du Mörder. Doch. Pssst. Hallo? Lass dir bitte Moritz in Ruhe. Ja. Ja. So. Wir haben natürlich den wahren Täter mal wieder erfasst. Ich guck mir das nachher auch auf jeden Fall in den Aufnahmen an. Ob das wirklich gestimmt hat, wie ich es erklärt habe. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir mit Magnus herumgelaufen sind. Boah, jetzt sind die Lichter wieder. Egal. Hier war, glaub ich, noch was. So. 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 Und zack. Pieck. Oh, guck mal. Das kann ich echt gut. Das kann ich schon richtig gut hier. Oh, ne. Jetzt muss ich meinen Lieblingsraum in den electrical room. Ich hoffe, da verfolgt mich niemand, wo das Alais. Okay. Hier ist aber niemand tot. Okay. Sehr schön. Oh, nein. Lexi ist da. Ich will das noch downloaden, Lexi. Bitte, bitte lass mich. Bitte lass mich in Ruhe, Lexi. Ist sie gegangen? Weiß nicht. So. Schnell weg hier. Schnell, schnell, schnell weg hier. Dann gucken wir gleich. Conny und Simon waren da. Wir gucken mal. Bleiben hier mal stehen und gucken. Und warten mal so 10 Sekunden. Conny ist alleine raus. Wir gehen mal gucken. Okay. Simon lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Oh Gott. Wir müssen zu dem Ding dahin. Admin werden bestimmt welche sein. Deswegen. Ja gut. Also der war in Oxygen, wo man den Reha-, also wo man das Notfallding ausmacht. Wie heißt das? Ja, genau das. Ja, ist okay. Wir wissen, wo du meinst. Ja genau. Auf jeden Fall halt beim Oxygen. Und wir waren ja, das Licht ist ja ausgegangen und dann bin ich äh.. rechts, äh links gewesen. Dann wollte ich da hin. Dann ging das Licht wieder an. Dann habe ich meine Links, meine Tasks fertig gemacht. Bin dann zu Electrical. Moritz war da schon drin. Dann ist Conny reingekommen. Dann der Blaue. Und dann bin ich rausgegangen. Der Blaue. Wie man. Ja sorry. All time Blau. Und dann war ich in Coms drin. Downloaden. Aber habe dann abgebrochen, weil ich wusste, dass ihr alle so weit links seid. Dann dachte ich, ich renne da jetzt schnell hin. Na warte. Und wo war da Magnus? Das heißt, ich habe Magnus die ganze Runde nicht gesehen. Aber jetzt redet ihr mal. Ich war Upper Engine. Upper Engine. Dann müssen wir dich ja gesehen haben. Ich war kurz in Electrical um zu schwimmen. Das stimmt. Ich habe Magnus gesehen. Ich habe Magnus gesehen. Ich habe die Power zu Lower Engine gemacht. Und bin dann zu Upper Engine, weil ich Fuel habe. Aha. Ah ok. Wo ist denn Upper Engine? Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass hier bei der Upper Engine war. Als das Licht ausgegangen ist, habe ich bei Admin da auf das Pult geguckt, wo jeder ist. Und da war jemand bei Upper Engine. Also ich denke mal das war's. Das war ich. Das ist überreakt, Alexi. Ja. Achso. Äh. Ja. Ok. Und. Moritz, ich habe eine Frage an dich. Ja? Nenn mir alle Tasks, die du bisher gemacht hast. Äh. Äh. Ah ja Moritz. Let's go. Drähte. Karte. Drähte im Storage Room. Und dann bin ich in Electrical Room und habe zwei oben gemacht. Während Lexi auch da war. Hm. Also Lexi dann glaube ich gegangen ist. Oder so. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das Skipp. Aha ok. Ich Skipp nicht. Ich habe einen Verdacht. Fotze. Ach Moritz ey. Sogar ein Alibi. Hä? Wo hast du ein Alibi? Wenn du Detektiv wirst, sterben alle. Nur weil Simon irgendwann mal da drauf geguckt hat, wo alle sind. Ist das für mich kein Alibi. Die Leiche konnte ja. Äh. Ja schon lange tot sein, weißt du. Ja. 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 Ich höre die Leor. Ja. Ah ja stimmt ich kann ja reden, ja ich glaube immer noch das Magnus tatsächlich ist, weil das ist schon ein bisschen verdächtig, aber naja wir sehen es dann gleich, so ich brauche gar nicht mehr so viel zu machen, ich bin gleich fertig, also so langsam, ich müsste der Mörder mal was machen, er wartet schon da, da habe ich bisschen Angst drauf, so, ach ne ich muss zum Müll, ich muss zum Müll-Dings-Buchs, so hier, so ich bin fertig, so, jemand backt sich dahin Conny? Es ist Conny Ja, lasst mich rausworten, wir müssen mehr Tages machen, ich habe keine Chance ja ja ja, ich brauche bestimmt nicht verteidigung also das ist doch, also du hä, warte, ich habe es nicht geschafft, ins Wendler zu gehen ja, und bist du tot? ja, ich habe auch schon lange tot, ja ja, ich sehe ihn die ganze Zeit ja, ja, ja ja, das das war das erste Mal, dass ich, äh, meine Task komplett erfüllt habe okay, wir müssen sie auf jeden Fall machen egal, auf jeden Fall, das war es für die Aufnahme mit dem Geister Leon also, der Scan im Wettbay bis dahin, komm wieder heute und, ciao